Ich bin der Tod. Also halte den Mund. Tod? Tod? Was, wir alle? Ja, ihr alle. Na, jetzt hören Sie aber mal zu. Sie platzen hier rein, nicht mal eingeladen, zerbrechen Gläser und erklären uns dann so ganz nebenbei, dass wir tot sind? Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass Sie Gast in unserem Haus sind und... Sei still, ihr Engländer. Ihr seid alle so verdammt aufgeblasen. Man möchte meinen, dass ihr keine Eier habt. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Was wollen Sie? Wie ist es möglich, dass wir alle zur selben Zeit gestorben sind? Die Lachs-Schaumspeise.